In diesem Video sprechen wir über den südostasiatischen E-Commerce-Riesen Sea Limited und gucken uns mal ein bisschen genauer an, was das Unternehmen genau macht, aber vor allen Dingen, was es jetzt mit der Aktie nach dem Kursrutsch der letzten Monate auf sich hat. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute über Sea Limited. Das war jetzt schon ein paar Mal zur Abstimmung und diesmal hat es eben auch gewonnen in meiner Abstimmung in der YouTube-Community. Findet immer von Samstag bis Dienstag statt. Also guck auch im nächsten Zeitraum rein, stimme mit ab, welches Unternehmen ich mir als nächstes etwas genauer anschauen soll. Und heute machen wir eben das allererste Mal eine Analyse über Sea Limited, die eben ihren Sitz haben im südostasiatischen Raum und vor allen Dingen dort aktiv sind. Und gerade auch im Bereich E-Commerce, Gaming und Co. Jetzt gucken wir uns aber zuallererst mal den langfristigen Chart des Unternehmens an, so wie wir das immer machen. Und der ist nicht ganz so langfristig. Das Unternehmen ist nämlich tatsächlich hier erst 2017 an die Börse gegangen. Dann ist auch erstmal nicht viel passiert, aber dann ging es wirklich sehr steil nach oben. Und muss man auch sagen, absoluter Gewinner, auch von natürlich den Corona-Lockdowns. Weniger Offline-Geschäft, mehr Online-Geschäft. Dazu noch das Gaming-Geschäft von Sea Limited. Das hat ihn natürlich sehr in die Karten gespielt. Jetzt die ganze Zeit und sogar auch 2021 haben sie sich vergleichsweise stabil gehalten, während andere Technologieunternehmen eher stark abgegeben haben. Aber jetzt hat sie es eben doch auch erwischt mit den Abgaben auch vieler anderer Unternehmen. Sind sie hier stark runtergekommen, aber das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Wenn man mal schaut, seit dem Börsengang wäre das trotz allem gar keine schlechte Entwicklung gewesen. Tatsächlich eine Gesamtrendite von um die 970%. Das sind immer noch aufs Jahr gerechnet 73%. Also wer die ganze Zeit dabei war, hätte immer noch sehr, sehr viel Gewinn gemacht. Aber ich gehe mal davon aus, die wenigsten, die hier zuschauen, sind tatsächlich seit dem Börsengang dabei, sondern wahrscheinlich eher ein bisschen später eingestiegen. Was man jetzt mit der Aktie machen kann, das gucken wir uns später in der Chart-Analyse noch ein bisschen genauer an, auch wie das Unternehmen bewertet ist. Aber jetzt gucken wir erst mal drauf, was macht das Unternehmen denn genauer. Und das teilt sich tatsächlich auf in drei Bereiche. Und zwar einmal hier Garena, dann Shopee und Sea Money. Und wir gucken uns jetzt mal die drei Bereiche ein bisschen genauer nacheinander an und fangen eben mit dem ersten an. Und das ist Garena. Und da sehen wir schon, im Prinzip geht es hier um Online-Spiele. Und zwar ist das ja auch so eine gewisse Mischung im Namen Games und Arena. Und so ein bisschen, das kommt hier eben auch rüber. Es geht eben darum, gerade diese E-Games zu machen. Sie haben also sozusagen Online-Spiele auch selbst entwickelt, sind da auch einer der führenden Online-Spieleentwickler und Hersteller sozusagen, gerade bei so ein, zwei Spielen, die ich persönlich jetzt aber nicht kannte. Und sind da auch ganz vorne mit dabei und füllen hier eben auch tatsächlich ganze Arenen. Denn das ganze E-Sport-Thema wird ja auch immer größer. Und hier spielen sie vorne mit und haben eben hier einen großen Bereich, der natürlich auch zu Corona sehr stark gefragt war. Der etwas größere Bereich, das ist Shopee. Hier geht es um E-Commerce, also sowohl Lieferungen als auch Online-Bestellungen und Co. Das ist ein bisschen der größere Bereich von Sea Limited und macht auch das meiste aus. Und ganz im Vergleich zu Sea Money, da geht es eben um Zahllösungen, wie das natürlich auch jedes andere E-Commerce-Unternehmen mittlerweile anbietet. Egal ob jetzt PayPal, Ebay, Amazon, Apple und wie sie alle heißen. Jeder hat ja irgendwie einen eigenen Zahlungsdienstleister. So ähnlich ist das hier auch bei Sea Money. Spielt tatsächlich aber eine vergleichsweise geringe Rolle in der Gesamtdarstellung. Das Unternehmen ist vor allem im südostasiatischen Raum aktiv. Wir sehen hier, das sind im Prinzip die sechs Länder, in denen sie hauptsächlich aktiv sind. Das heißt, wir haben hier Vietnam, Thailand, Philippinen, was auch das größte Land ist, in dem sie aktiv sind, Malaysia, Singapur und Indonesien. Indonesien insgesamt eben hier eine Population oder eine Einwohnerzahl von um die knapp 600 Millionen, die sie hier eben auch als Targetierung hätten. Ein bisschen so ähnlich vielleicht, wie wir das so auch in Europa haben oder in Amerika als Größe. Und das ist eben so ihr hauptsächlicher Fokus. Natürlich gibt es da Unterschiede von der Größe her, aber so ungefähr in dem Rahmen bewegt sich das. Und das natürlich auch in einem regionalen Bereich, der natürlich auch logistisch nicht gerade einfach ist, muss man sagen, gerade wenn man jetzt hier im E-Commerce-Bereich aktiv ist, wir haben hier sehr viele Inseln, wir haben teilweise keine gute Infrastruktur. Das heißt, logistisch etwas herausfordernd und damit natürlich auch ein Bereich, in dem sich lokale Unternehmen deutlich besser auskennen und deutlich besser auch schlagen können, als jetzt vielleicht eben die Großen, die eben auch auf eine gute Infrastruktur wie Amazon zurückgreifen können und sich deswegen auch vor allen Dingen in Europa oder eben auch in Amerika erstmal angesiedelt haben. Wenn wir mal schauen, mit ihrem Geschäft, gerade wenn man jetzt natürlich hier auf die Shopping-Apps im iOS-Store guckt, dann sind sie in den jeweiligen Ländern immer eigentlich auf Platz 1 mit ihrer jeweiligen App. In Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand, Vietnam und hier lediglich in Singapur ist La Sada eben noch eins weiter vorne. Ansonsten sind sie immer tatsächlich im jeweiligen Land die Top-Shopping-App und das spricht natürlich auch für ihre Positionierung, die sie da erreicht haben. Das Wachstum hat man nicht nur im Kurs gesehen, das hat man auch in der Unternehmensentwicklung gesehen. Wenn wir mal schauen, hier der Umsatz ist im Prinzip auf 2,7 Milliarden angestiegen. Vom Jahr zu Jahr hat es sich mehr als verdoppelt, also von Q3 2020 auf Q3 2021. Das sind jetzt die jüngsten Zahlen, die es eben gibt. Die Geschäftsjahreszahlen für komplett 2021 sind noch nicht verfügbar, deswegen hier Q3. Über 120 Prozent Wachstum. Jetzt wird es interessant zu sehen sein, ob das auch in einer vielleicht sich abschwächenden Corona-Welt, die wir dann so langsam wieder hoffentlich erleben werden, ob das Wachstum dann noch so anhält oder ob es vielleicht sogar einen gegenläufigen Effekt gibt. Und das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum so ein bisschen der Kurs runtergegangen ist. Auf der anderen Seite haben wir hier eben auch die hohe Ertragsmarge sozusagen, 150 Prozent fast gewachsen. Und was wir aber auch sehen, und das ist sogar das Adjusted EBDA, also sozusagen der optimierte Gewinn EBDA. Das ist ja Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Also im Prinzip geht es hier darum, dass man sozusagen den Gewinn hat vor irgendwelchen Sondereffekten und Steuern. und eben hier nochmal Adjusted, das heißt sozusagen bereinigt und gewisse Sondereffekte, die hier mit drinstecken. Und da sehen wir, trotz des starken Wachstums, sehen wir hier deutlich stärkere Verluste. Also wo man hier sozusagen noch ein bereinigtes EBDA ausgewiesen hat von 120 Millionen, hat sich das jetzt eben hier nochmal reduziert auf minus 165 Millionen. Also in anderen Worten, das Unternehmen verbrennt ordentlich Geld. Und das werden wir auch gleich sehen, wenn wir nochmal ein bisschen genau auf die Zahlen gucken. Schauen wir mal in die einzelnen Bereiche rein. Wenn wir jetzt hier mal auf Garena gucken, also der Spielebereich, der wächst sozusagen über die Jahre. Da hinweg mit ungefähr 27 Prozent. Das ist jetzt hier von Quartal zu Quartal. Also eben von 2020 auf 2021 27 Prozent aktive Nutzer. Und vor allen Dingen eben die Zahlen der Nutzer. Das ist ja das Interessantere. Das ist um 43 Prozent gestiegen. Also durchaus auch nochmal ein stärkeres Wachstum bei dem, was für das Unternehmen, für das, was man macht, ja relevant ist. Dafür, dass vielleicht auch mal ein Gewinn rauskommt. Wenn gerade Zahlen der Nutzer zuschlagen. Das heißt, das Unternehmen schafft es eben auch, immer mehr Nutzer dazu zu bekommen, für den Service zu zahlen. Das ist wie bei vielen anderen Dingen auch. Es gibt ein Freemium-Modell. Das heißt, man kann erstmal kostenlos anfangen. Und dann kann man das Ganze natürlich steigern, indem man ein bisschen was zahlt. Wenn man mal schaut, dann ist das hier eben deutlich stärker gewachsen. Gucken wir mal auf den Bereich E-Commerce. Der ist tatsächlich hier von Jahr zu Jahr noch stärker gewachsen. 123 Prozent von 2020 auf 2021. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, das ist im Prinzip sozusagen das, was pro Verkauf oder pro Kauf sozusagen eingenommen wird. Beziehungsweise das, was sozusagen wirklich jetzt verdient wird mit den Umsätzen. Also das hier ist im Prinzip sozusagen der grundsätzliche Umsatz der Orders. Und das ist sozusagen das, was dann wirklich hängen bleibt. Haben wir einen Wachstum von 123 Prozent. Das, was am Schluss wirklich hängen bleibt, ist um 81 Prozent gewachsen. Also man sieht schon grundsätzlich sehr starke Wachstumszahlen. Sehr starkes Wachstum beim Unternehmen an sich. Und das ist natürlich sehr schön weiterzusehen. Gucken wir mal auf die Umsatzentwicklung im Aktienfinder über das gesamte Unternehmen hinweg. Und da sehen wir auch, wie stark das hier zugenommen hat. Gerade hier auch über die letzten Jahre hinweg. Und auch was von den Analysten prognostiziert worden ist. Da sage ich dann aber auch gleich nochmal was zu. Denn tatsächlich ist es nämlich so, dass gerade wenn man hier hinten hinguckt, die Anzahl der Analysten abnimmt. Also gerade hier vorne, da sind noch sehr viele Analysten dabei, die da sozusagen eine Schätzung abgeben. Gerade hinten raus ist es gerade aber mal lediglich ein einziger Analyst, der dieses extrem starke Wachstum vorhersagt. Und deswegen müsste man fast hier so ein bisschen abschneiden, eigentlich schon hier abschneiden. Denn diese extrem starken Wachstumszahlen, die kommen eigentlich nur von einer einzigen Analystenschätzung. Und das ist natürlich ein bisschen dünn. Und das werden wir auch gleich beim Gewinn sehen. Wir sehen es aber hier bei der Marge erstmal. Wir haben jetzt hier mal eine Bruttomarge von ungefähr 37, 38 Prozent. Operative Marge und Nettomarge sind dick im Minus. Minus 21, minus 23 Prozent. Das sehen wir auch gleich, wenn wir dann auf den Gewinn gucken. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die Umsatzverteilung. Und da sehen wir das, was ich auch im Vorfeld schon so gesagt hatte. E-Commerce, das macht knapp 50 Prozent aus. Der digitale Entertainment-Bereich, also Spiele und Co., macht 46 Prozent aus. Knapp dahinter also. Und andere Services, 3 Prozent. Und wenn wir hier mal gucken, digitale Finanzlösungen, gerade mal 1,4 Prozent. Der dritte Bereich, also C-Money, das ist das, was sich hier hinter versteckt. Das ist noch relativ gering im Vergleich, was jetzt so die Verteilung angeht. Also der Großteil eben E-Commerce. Und dann eben der kleinere, aber scheinbar auch der rentablerere Bereich hier im digitalen Entertainment-Bereich, im Gaming-Bereich. Gucken wir mal auf die regionale Verteilung. Woher kommt sozusagen der Umsatz? Mittlerweile gibt es sozusagen nur noch eine sehr vereinfachte Darstellung. Das heißt, Südostasien haben wir hier mit ungefähr 64 Prozent. Lateinamerika, in dem sie auch aktiv sind, macht 18 Prozent aus. Und der Rest von Asien 15 Prozent. Wenn man mal guckt, wie sich das so verhalten hat in der Vergangenheit, dann sehen wir, dass hier der Großteil des Umsatzes aus den südostasiatischen Ländern tatsächlich aus Taiwan kommt und dann aus Thailand, also mit die größten Länder, was auch die Einwohnerzahl angeht. Dementsprechend auch logisch, dass hier der Großteil herkommt. Und ansonsten, wie gesagt, der absolute Großteil kommt eben aus Südostasien. Aber wie gesagt, sind sie auch in anderen Ländern aktiv. Gerade in denen, in denen sich die großen Amazon und Co. eben weniger tummeln. Jetzt gucken wir mal auf den Gewinn. Da kommt das noch so ein bisschen viel stärker heraus, was ich vorher schon gesagt habe. Also das Unternehmen verbrennt immer mehr Geld. Wir haben auch gerade mal so einen freien Cashflow, der jetzt ein bisschen positiv ist die letzte Zeit. Wir sehen aber der tatsächliche Gewinn. Das ist dick negativ und hat tatsächlich auch immer mehr verloren. Also keine Besserung in Sicht gewesen. Die Prognosen gerade von vielen Analysten, ich glaube, das waren 13 Analysten, die jetzt hier für die nächste Zeit nach wie vor, wenn dann auch wenigstens geringere Verluste vorhergesagt haben. Und dieser Sprung in die Gewinnzone, das ist wie gesagt lediglich ein einziger Analyst, der das vorhersagt. Deswegen würde ich das dann tatsächlich auch sehr mit Vorsicht genießen. Viele andere trauen sich dann noch nicht, eine Prognose so weit in die Zukunft abzugeben, sondern gerade mal fürs nächste Jahr. Und dementsprechend muss man hier diesen starken Sprung in die Gewinnzone so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und damit muss man natürlich auch so ein bisschen mit Vorsicht auf den Kurs gucken. Vom Grundsatz her, denn langfristig entwickeln sich Aktienkurse auch immer an der Gewinnorientierung. Natürlich ist es auch so gewesen, Amazon hat auch lange keine Gewinne gemacht, hat immer sehr viel in das Geschäft investiert. So ähnlich ist das dann hier auch. Aber man muss natürlich dann auch sagen, wie wird sich jetzt weiterhin die Firma entwickeln, wie wird sich weiterhin das Umsatzwachstum darstellen. Und das wird natürlich dann sehr entscheidend dafür sein, wie der Aktienkurs sich auch weiter entwickelt. Denn von einer stabilen Gewinnentwicklung, da sind wir jetzt noch ein bisschen weiter weg. Und das wird natürlich dann langfristig relevant für die Bewertung und für die Entwicklung des Aktienkurses. Gucken wir mal auf die Bilanz. Die ist soweit, aber solide, muss man sagen. Wir haben jetzt hier, wenn man mal guckt, gerade die zu Verzinsentschulden sind sogar gedeckt durch das Kernvermögen. Wir haben hier auch einen großen Anteil an Cash- und Wertpapieren, einen sehr geringen Anteil an Goodwill. Insofern von der Bilanz her sollte das für das Thema, für die Firma eigentlich kein Problem sein, die Schulden zu decken. Also von der Warte ist das jetzt kein überschuldetes, kritisches Unternehmen. Das heißt, sie können weiterhin in ihr Wachstum investieren. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie immer wieder neue Aktien herausgegeben haben. Das heißt, als Aktionär wird die eigene Quote am Unternehmen sozusagen verwässert. Ist auch nicht ungewöhnlich für so ein Wachstumsunternehmen. Dividende gibt es ja sowieso keine. Das macht ja auch Sinn, wenn man so stark ins Wachstum investiert. Und dementsprechend muss man das einfach nur so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Gehen wir mal auf die Kennzahlen ein. Und wenn man da mal schaut, wir haben jetzt hier ein KCV, also Kurs-Cash-Flow-Verhältnis. Das ist hier in gelb. Und wir haben hier unten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis in grün. Alles andere können wir relativ ignorieren. Und wir sehen hier natürlich extreme Sprünge. Wir waren hier beim Kurs-Cash-Flow-Verhältnis. Das war sogar über 250 zwischenzeitlich. Mittlerweile gibt es keinen Cash-Flow mehr. Deswegen ist es wieder auf null. Also keinen positiven Cash-Flow zumindest. Aber wir können ein Kurs-Umsatz-Verhältnis uns anschauen. Umsatz haben wir ja eigentlich immer. Und wenn wir da mal gucken, dann sind wir jetzt eben seit dem Börsengang, also seit den Daten 2017, hier ungefähr bei dem Durchschnitt von 10 beim Kurs-Umsatz-Verhältnis. Momentan sind wir gerade mal knapp bei der Hälfte 5,9. Das heißt, wenn man mal guckt, wie das Unternehmen in der Vergangenheit bewertet worden ist, zu dem, was es heute bewertet wird, ist es relativ günstig. Und das für so ein Wachstumsunternehmen auch relativ günstig. Insofern durchaus interessant, sich das Ganze mal ein bisschen näher anzugucken. Und deswegen schauen wir mal in andere Bewertungen rein, wie hier jetzt eben den Piotrowski-Score. Der ist mit 6 von 9 auch relativ grün. Liegt natürlich auch damit zusammen, dass die Bilanz soweit sauber ist. Natürlich haben wir hier ein neues Eigenkapital aufgenommen. Produktivität ist gesunken. Ansonsten haben wir hier noch eine negative Kapitalrendite. Auch das ist jetzt nicht ganz so überraschend. Und dementsprechend 6 von 9 Punkten ist halt ein Wachstumsunternehmen, aber durchaus mit einer ordentlichen Bilanz. Wenn wir jetzt mal in den Aktienfinder reingucken und in die Bewertung, dann können wir natürlich recht wenig anfangen, tatsächlich, weil wir haben einen Kurs, der ist jetzt noch nicht so lange da, seit 2017. Und das Einzige, was wir sozusagen haben, ist ein Cashflow. Und dadurch, dass jetzt auch der Cashflow ins Negative gegangen ist, beziehungsweise, dass wir keinen positiven Cashflow hatten, jetzt das letzte Jahr, sind wir jetzt hier natürlich auch wieder abgesackt auf Null. Insofern nicht so richtig aussagekräftig, nicht wirklich etwas, womit wir was anfangen können. Deswegen können wir das hier tatsächlich auch wieder so ein bisschen wegschieben und können uns dann, wenn dann auf der Seite eher aufs Kursumsatzverhältnis konzentrieren, wo wir gerade schon gesehen haben, sind wir eher günstig. Und das bringt uns jetzt zur Chartanalyse. Die hilft uns ja mal ganz grundsätzlich, das Unternehmen zu analysieren, unabhängig von den fundamentalen Daten. Auch die stecken natürlich in den Aktienkursen mit drin. Aber dann sehen wir, wir haben hier nochmal diesen langfristigen Chart, den wir vorhin schon hatten. Dann sehen wir hier auch erstmal diesen langfristigen Trend, wo es hier nach Corona tatsächlich jetzt hier diesen starken Anstieg gab. Einer dieser ganz extremen Corona-Profiteure. Man mag fast reden von einer gewissen Übertreibung. Und wenn man mal schaut, dann sind wir hier auch erstmal ganz normal zurückgekommen, haben dann hier auch reagiert. Kritisch war dann aber tatsächlich, dass wir hier nochmal unten durchgefallen sind. Also wir sind hier tatsächlich durch diesen Aufwärtstrend und selbst wenn ich jetzt hier einen flacheren einzeichnen würde, sind wir hier auch nochmal durchgerauscht. Also insofern sind wir hier im Moment tatsächlich mal unter den langfristigen Aufwärtstrend runtergefallen. Und das ist natürlich erstmal grundsätzlich schlecht. Weil was wir sehen wollen, ist selbst wenn es mal solche Übertreibungen und dann wieder Rücksetzer gibt, und das haben wir durchaus bei einigen Unternehmen, dann, dass sie maximal zurückgehen bis zu ihrem langfristigen Trend. Und das haben wir bei C-Limited gerade nicht, sondern da hat ein größerer Ausverkauf stattgefunden. Mal schauen, was ist jetzt passiert. Sind die im Prinzip von der Spitze bis jetzt hier zum absoluten Tief um knapp 70% gefallen, 68% in der absoluten Spitze, haben sich aber gerade die letzten Tage schon wieder ordentlich erholt. Und da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Und das ist eigentlich sehr schön. Dass es mal solche starken Korrekturen gibt, gerade bei so jungen Unternehmen, ist nicht ungewöhnlich. Das ist sehr wichtig, dass man hier bei den Unternehmen darauf achtet, wann man einsteigt. Und ich will noch mal erinnern, das hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt in anderen Videos, auch eine Amazon ist mal um über 90% zusammengefallen, ganz am Anfang ihrer Zeit. Und da kann man natürlich sagen, klar sind das Unternehmen, die in der Zukunftsbranche absolut drin sind. Und diese Themen werden auch in Zukunft absolut wichtig sein. Aber es ist eben auch wichtig, dass diese Firmen überleben, sich weiterentwickeln und eben auch in Zukunft irgendwann mal Gewinne produzieren können oder bis dahin dann eben genug Finanzierungen finden. Das ist nicht immer ganz sicher, gerade in Phasen, in denen es mal ein bisschen unrund läuft. Jetzt muss man aber sagen, hier dieser starke Abfall, der hat jetzt weniger wohl mit der Geschäftsentwicklung zu tun, denn die ist solide, die ist gut und das schaut auch soweit gut aus. Da hat sich auch nichts Wesentliches geändert zu vorher. Sondern was hier im Prinzip passiert ist mit diesem starken Rückgang, das hat vor allen Dingen eben damit zu tun, dass auf der einen Seite Corona ein bisschen weniger die große Rolle spielt. Also man sieht natürlich schon am Horizont, dass wir langsam auch gerade durch Omikron vielleicht eben in diese Situation kommen, dass wir eher immun werden oder dass es nicht ganz so extrem mehr Ausschläge hat und dass die Welt eigentlich eher versucht, jetzt damit zu leben und dass damit natürlich auch eben diese E-Commerce-Dinge ein wenig an Bedeutung verlieren. Das heißt, die großen Prophezeiungen, die man hatte und die für diesen starken Anstieg geführt haben, die werden jetzt so wieder ein bisschen neutralisiert. Natürlich nicht komplett, aber so ein bisschen neutralisiert. Und das führt auf der einen Seite zu den Rückgängen und auf der anderen Seite führt natürlich auch ganz stark zu den Rückgängen, die Zinserhöhungen in Amerika. Das hatte ich auch schon mal in anderen Videos erwähnt. Dadurch, dass die Zinsen erhöht werden, das belastet jetzt nicht hier diese Schuldensituation, die ist ja auch nicht ganz so extrem für das Unternehmen, auch wenn es nicht förderlich ist, wenn man ins Wachstum investieren will, sondern das Problem ist tatsächlich vielmehr, dass die Bewertungsmodelle von großen Investoren sich dadurch ändern, weil sie immer den Zinssatz der Notenbank als Referenzzins nehmen und eben als Risikoabschätzung in ihre Kalkulation mit reinnehmen. Und dementsprechend, wenn sich der Zinssatz erhöht, dann müssen die Unternehmen sozusagen noch profitabler sein oder die Bewertung wird verändert in dem Sinne, dass nicht mehr ganz so hohe Aufschläge akzeptiert werden. Dann gab es natürlich einen Abverkauf in Summe von Technologiewerten. Das heißt, auch über ETFs ging dann so das eine oder andere an der Wiener los. Und all das führt dann dazu, dass so ein Unternehmen durchaus mal um 68 Prozent zusammensackt. Nicht ungewöhnlich bei jungen Wachstumsunternehmen, unabhängig davon, wie die Zukunftsaussichten sind. Und deswegen sage ich auch, ist es immer extrem wichtig, wann man in solche Unternehmen einsteigt. Und gerade nachdem so ein starker Anstieg war und ja auch ein gewisser Hype, gerade in Deutschland um dieses Ziel Limited stattgefunden hat und um die Aktie, sind natürlich viele gerade irgendwie zu spät auf diesen Zug aufgesprungen. Und das ist dann gerade bei solchen Unternehmen eher gefährlich. Aber ganz normal ist es leider auch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann es jetzt weitergehen? Mal schauen, was ist jetzt eigentlich passiert? Ansonsten, wir haben gesehen, wir haben hier so ein paar wichtige Unterstützungen auch gebrochen. Also nicht nur den langfristigen Aufwärtstrend zuletzt, sondern wir hatten hier auch eine wichtige Unterstützung. Hier haben wir dann nochmal so eine kleinere gebrochen. Hier dann nochmal eine wichtige. Das war auch so dieser andere langfristige Aufwärtstrend, der ein bisschen kürzer war. Aber was wir jetzt sehen, hier auf diesem Niveau so von 123, ungefähr 120, 123 Dollar. Da haben wir jetzt gedreht. Da hat es jetzt erst mal gehalten. Und das ist auch ein wichtiger Punkt hier. Das war nach dem Corona-Schub nach oben das erste Mal, dass die Aktie auch mal so ein bisschen eine Verschnaufpause eingelegt hat. Und da hat es jetzt hier auch erst mal gehalten. Das ist erst mal gut. Wir sehen eine gewisse Stabilisierung bei vielen Werten. Nicht bei allen, aber doch bei einigen im Moment. Und das ist auch erst mal gut. Heißt aber nicht, dass es nicht doch nochmal weiter runtergehen könnte. Man darf nicht vergessen, selbst nach einem 70% Abfall kann es durchaus auch nochmal 50% runtergehen. Und dann sind wir so bei 90, 95% Verlust, was eben auch mal Amazon in ihren Anfangsjahren hatte. Also insofern, das darf man nicht unterschätzen, dass es dann eben nochmal 50% fallen kann. Das ist einfach pure Mathematik. Da kann ich auch nichts dran ändern, sondern das ist dann einfach so. Aber im Moment sieht es erst mal nicht danach aus, denn im Moment haben wir erst mal eine Gegenbewegung. Ob das jetzt eine technische Gegenbewegung ist, wo es jetzt so mal eine Zwischenerholung nach 70% Verlust gibt, oder ob das jetzt eine nachhaltige Erholung ist, das werden wir erst sozusagen im weiteren Verlauf sehen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Erholung. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Dann können wir nämlich hier auch so einen Abwärtstrend anlegen. Und da sehen wir das jetzt eben mit dem gestrigen Kurs. Also ich nehme das Video eben auf am 10. Februar, am Donnerstag, den 10. Februar. Das hier sind die Schlusskurse vom 9. Februar, also vom 9. Februar, dem Mittwoch 2022. Steht auch hier oben links. Und da ist tatsächlich die Aktie hier oben drüber gegangen. Und das ist auch mal schön, wenn ich hier ein Video aufnehme, dass ich nicht immer nur sagen muss, jetzt könnte was passieren, sondern dass ich mal sagen kann, wir sind hier über den Abwärtstrend oben raus. Ich würde jetzt noch bis zum Ende der Woche warten und auch mal gucken. Das Video kommt ohnehin erst Freitagabend raus, oder Freitagnachmittag. Das heißt, ich würde jetzt auch einfach mal warten bis zum Wochenende, ob das jetzt hier wirklich oben drüber bleibt oder sich sogar noch mal ein bisschen bestätigt nach oben hin. Und dann kann das tatsächlich auch ein Einstiegssignal sein, wenn man in das Unternehmen investieren möchte. Denn es hat dann den Abwärtstrend gebrochen, geht nach oben raus. Und das ist natürlich durchaus mal interessant, weiter zu beobachten. Und wenn man jetzt da reingehen möchte, dann würde ich aber trotzdem empfehlen, dass man hier unter diesem Tief auch sagt, im allerschlimmsten Fall würde ich da wieder rausgehen. Ja, das sind 30 Prozent Verlust und dann müsste man verkaufen. Das ist immer schmerzhaft. Aber wenn, wie gesagt, wenn das hier unten durchfällt, dann wäre es auch durchaus möglich, dass es noch mal 50 Prozent tiefer geht. Und dann wäre es keine 70 Prozent Verlust in der Aktie vom Hoch, sondern eben so ein bisschen über 90 Prozent. Das sind trotzdem 50 Prozent, die es dann noch mal runtergehen kann. Ab diesem Niveau hier unten schon. Das heißt, das wäre schon noch mal schmerzhaft, falls es hier unten durchfällt. Man kann hier auch, ja, so ungefähr bei 20 Prozent, hier gibt es so ein kleines Zwischentief, da kann man natürlich auch theoretisch einen Stopp einziehen. Aber ich würde empfehlen, zu sagen, wenn es da runterfällt, dann auch rausgehen, weil dann ist wirklich irgendwas kaputt. Dann sind wirklich irgendwelche Zukunftserwartungen komplett passé. Und dann muss man die Firma erst noch mal neu bewerten. So ähnlich wie bei Amazon ganz am Anfang zu den Dotcom-Zeiten und Co. Wenn dann sozusagen dieser Abverkauf auch wirklich vorbei ist, dann könnte man wieder reingehen. Hier könnte man mal so was erstes wagen, wenn man die Firma investiert sein möchte. Wenn man schon investiert ist, dann würde ich dann jetzt auch einfach mal abwarten, wie es weitergeht. Dann ist jetzt sozusagen das Kind eh in Brunnen gefallen. Dann braucht man jetzt auch gerade nicht verkaufen. Aber wenn das Ganze hier eben sich nicht bestätigt, sondern wieder in sich zusammenfällt, wie so ein Soufflé, dann würde ich dann doch mal auch die Reißleine ziehen. Aber wie gesagt, wirklich sinnvoll wäre das hier so bei 123, 120 Dollar, wenn es hier unten drunter geht, dann auch wirklich die Reißleine zu ziehen. Und ansonsten, wenn sich das jetzt hier nach oben bestätigt, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest mal größer, dass es nach oben gehen könnte. 100%ige Sicherheit gibt es an der Börse eh nie. Aber zumindest erhöht sich jetzt gerade die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier ein Boden reingekommen ist. Ich selbst bin in der Aktie nicht investiert. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht vor. Ja, Zukunftsaussichten sind da. Ich kann mich aber ehrlich gesagt nicht ganz so mit der Firma identifizieren. Für mein langfristiges Anker-Depot ist es ohnehin nichts. Da erfüllt es nicht die Kriterien. Und ansonsten, für meine anderen Strategien passt es nicht. Und für mein Spaß-Depot, ich habe da einfach keinen Spaß dran an der Aktie. Es gibt genug andere, an denen ich mehr Spaß habe. Und da gehört C-Limited jetzt nochmal nicht dazu. Aber jedem das Seine. Insofern, ich kann absolut nachvollziehen, wenn jemand hier in solche wachstumsstarken Regionen wie den südostasiatischen Raum oder eben auch Lateinamerika investieren will, gerade im E-Commerce-Bereich, da scheint C-Limited ja durchaus die Nase mit vorne zu haben. Insofern kann ich das absolut nachvollziehen. Nur für mich ist es nichts. Aber da kann ja jeder sein eigenes Depot für sich strukturieren. Wenn du mal mehr lernen möchtest darüber, wie ich meine Depots strukturiere und eben auch, was das Akt-Depot genau für mich bedeutet und wie es auch für dich aussehen könnte, melde dich gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch. Dann schauen wir uns mal deine Situation etwas genauer an. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir was gebracht. Falls ja, hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Erfolg an der Börse und ein erfolgreiches 2022. Mach's gut. Ciao.